Bonjour, Tourismusverband Saint-Apresky. Ja, bonjour. Ich wollte fragen, wo ist schon Schnee? Nein, Schnee kommt erst in die Winter. Ah, ok. Und wie ist es bei Ihnen mit Therme und Spa? Monsieur, wir sind leider nicht Zell am See Capron. Nur in Zell am See Capron im Salzburger Land. Jetzt schon perfektes Gletscherskivergnügen am Kitzsteinhorn. Und Entspannung pur im Hotel- und Thermenresort Tauernspa. Zell am See minus Capron, komm. Grüezi, Tourismusverband Rappeltötli. Ja hallo, ich würde gerne einen Urlaub. Buchen, Ski und Therme. Gerne. Wann wollen Sie denn kommen? Ja, dieses Wochenende gleich. Bitte bleiben Sie seriös, mein Herr. Wir sind ja nicht Zell am See Capron, oder? Nur in Zell am See Capron im Salzburger Land. Jetzt schon perfektes Gletscherskivergnügen am Kitzsteinhorn. Und Entspannung pur im Hotel- und Thermenresort Tauernspa. Zell am See minus Capron, komm.